Herzlich willkommen hier bei Business & Politics, dein Kanal für ökonomische und politische Bildung. Jetzt noch in Rohstoffaktien investieren oder ist der Hype bereits beendet? Diese Frage möchte ich in diesem Video auf den Grund gehen, indem ich euch mehrere Rohstoffaktien präsentiere aus den unterschiedlichsten Branchen und natürlich euch dann erläutern werde, in welche Rohstoffaktien ich investiert war und in welche dieser Rohstoffaktien ich noch investiert bin. Generell kann man vielleicht zu diesem Rohstoff-Hype sagen, einige sprechen ja jetzt davon, dass so ein super Zyklus vor uns liegt, das heißt mehrere Jahre stark ansteigende Rohstoffpreise. Da bin ich noch ein bisschen skeptisch, das muss ich erstmal bewahrheiten und hier muss man natürlich erstmal nochmal ein bisschen abwarten. Aber generell, und das kann man natürlich jetzt nicht auf alle Rohstoffbranchen verallgemeinernd sagen, aber man kann so ein bisschen davon ausgehen, dass jetzt innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate hier die Rohstoffe noch verstärkt nachgefragt werden, sodass hier auch viele dieser Rohstoffe noch einige Zeit gut laufen könnten. Allerdings muss man natürlich vorneweg sagen, dass viele dieser Rohstoffe, das werdet ihr jetzt auch sehen, schon sehr, sehr gut gelaufen sind. Das heißt, die haben vielleicht jetzt schon so drei Viertel ihres Weges hinter sich und haben jetzt vielleicht nur noch ein Potenzial von guten 30%. Das sollte man hier beachten, wenn man auf diesen Zug aufspringt. Ich hatte euch ja schon in mehreren Videos gesagt, dass die Börse diese Nachfrage immer mehr sechs Monate in der Regel so vorausnimmt und clevere Investoren haben dann natürlich schon vor einigen Monaten in Zyklika und auch Rohstoffe investiert. Sodass man jetzt natürlich aufpassen muss, wenn man hier blind in diese Rohstoffe investiert, weil man einfach denkt, ja jetzt beginnt ja wirklich jetzt mal die Nachfrage, wenn hier die Lockdowns langsam ein Ende finden. So viel vorweg. Die erste Aktie und den ersten Rohstoff, den ich euch heute präsentieren möchte, ist Uran. Jetzt wundert sich wahrscheinlich der ein oder andere. Einige von euch hatten auch immer mal gefragt, was ich denn von Uran-Aktien halte. Ich hatte dann in die Kommentare immer geschrieben, dass ich nur in eine einzige Uran-Aktie investiert bin. Das war Cameco und in diese Aktie bin ich auch weiterhin investiert. Und Uran ist ein radioaktives Metall, wie wir alle wissen, das als Verbindung mit mehr als 200 Mineralien in der Erdkruste relativ häufig vorkommt. Und derzeit entfallen rund 25 Prozent der weltweiten Produktion auf Kanada. Weitere Förderländer sind Australien, die gleichzeitig die größten Uranreserven lagern. Russland, Kasachstan, Namibia sowie Niger. Der Niger. Die sind hier auch bei der Uranförderung ganz vorne mit dabei. Aktuell stellt die Kernenergie einen Anteil von rund 11 Prozent an der weltweiten Stromgewinnung und trotz aller Nachteile ist Atomkraft CO2-neutral und spielt neben der Smog-Reduzierung für viele Länder daher auch zur Senkung der Treibhausgasemission und somit paradoxerweise auch zur Erreichung von Klimazielen eine wichtige Rolle. Und deswegen war meiner Meinung nach der Sieg von Joe Biden gar nicht so schlecht hier für Uran, weil Joe Biden natürlich hier ganz stark darauf erpischt ist, diese CO2-Richtlinien einzuhalten und auch wieder dem Pariser Klimaabkommen beigetreten ist. Und meiner Meinung nach sind für viele Länder diese CO2-Ziele nur dann erreichbar, wenn hier auch dann vermehrt auf Atomenergie zurückgegriffen wird. Und wir können hier auch eine steigende Nachfrage beobachten. Zahlreiche Atomkraftwerke befinden sich im Bau und den Investoren ist in den vergangenen Jahren dies entgangen. Anders als man jetzt vielleicht nach Fukushima vermuten würde, erhöhte sich die Anzahl der aktiven Kernreaktoren in den letzten Jahren deutlich. Und seit dem Jahr 2011 stieg die Anzahl der weltweit in Betrieb befindlichen Reaktoren trotz etlicher Abschaltungen von 437 leicht auf 443. Und mehr als 50 weitere Kernkraftwerte befinden sich derzeit im Bau. Und zusätzlich sind laut der Internationalen Atomenergieorganisation über 100 Atomkraftwerke und Planung und mehr als 300 in Machbarkeits- und Entscheidungsprozessen. Allein in China und Indien planen den Bau von mehr als 200 neuen Atomkraftwerken vor allem zur Luftreinhaltung. Deshalb soll der Anteil der Kernenergie in China bereits bis 2030 von derzeit 4% auf mehr als 20% steigen. Und ihr wisst ja, dass China extreme Probleme mit diesem Smog hat, mit der Smogbelastung, dass sie in einigen Städten ohne Maske nicht mehr rausgehen können. Und deswegen setzt man hier auch vermehrt auf Atomenergie. Und zusätzlich kann man dann eben auch noch sagen, dass die neuen Atomkraftwerke dürften Meiler, die bereits in Europa abgeschaltet werden, in den kommenden Jahren mehr als Wett machen. Und aufgrund dessen rechnen Experten in den kommenden Jahren mit einer deutlichen steigenden Nachfrage nach dem Rohstoff Uran. Und diese Atomenergiebehörde schätzt beispielsweise, dass der Verbrauch von Uran von ca. 73.000 Tonnen im Jahr 2016 bis zum Jahr 2030 auf jährlich 108.000 Tonnen ansteigen wird. Und die Aktie, die ich jetzt hier euch mitgebracht habe, heißt Cameco. Das ist das Schwergewicht der Uranbranche. Wer also in Uran-Aktien investieren möchte, kommt sozusagen an Cameco kaum vorbei. Das ist der größte börsennotierte Uranproduzent. Und der kanadische Konzern mit Sitz in Saskoton ging im Jahr 1988 aus der Fusion zweier Unternehmen hervor. Und Cameco verfügt über Minen in Kanada, den USA und Kasachstan, die schätzungsweise zwischen 15% und 18% der weltweiten Abbaukapazitäten repräsentieren. Damit ist der Konzern weltweit die Nummer zwei hinter Katsatomprom aus Kasachstan. Neben der Uran-Gewinnung bietet das Unternehmen Dienstleistungen für Unternehmen aus der Kern- und Nuklearbranche an. Über eine Kooperation mit Atomkraftwerksbetreiber ist Cameco in Kanada auch in der Weiterverarbeitung von Uran und der Produktion von Kernenergie beteiligt. Das heißt, wer hier in Atomenergie und in Uran investieren möchte und auch glaubt, dass hier die Umweltziele nur mit der Atomenergie umsetzbar sind, der sollte sich vielleicht die Aktie von Cameco ein bisschen genauer anschauen. Eine sehr, sehr spekulative Aktie. Alle Aktien in diesem Bereich sind sehr spekulativ. Allerdings muss ich sagen, dass Cameco von diesen spekulativen Aktien natürlich noch diejenige ist, die hier die größte Konstanz aufweist. Wir können hier auch sehen, in dieser Korrekturphase, die wir jetzt vor kurzem hatten, ist die Aktie gerade mal von 14,7 Dollar auf 12,5 Dollar zurückgefallen. Da sind doch einige Wachstumsaktien viel stärker abgestraft worden. Was ich besonders interessant fand, ist, dass wir, das haben wir ja auch schon zum Beispiel bei Silber gesehen oder haben das auch bei Platin gesehen, aber auch hier bei der Cameco Aktie sind wir viele Jahre seitwärts gelaufen. Vier, fünf Jahre, könnt ihr hier erkennen, sind wir hier seitwärts gelaufen und sind hier mehrfach auch an dieser Fibonacci Retracement von 23,6 abgeprallt. Viele Jahre seitwärts gelaufen und dann sind wir hier durchgeschossen. Das war hier bei 11 Dollar in diesem Bereich, 11,70 Dollar. Und hier habe ich dann meinen Einstieg gewagt und bin seitdem hier natürlich ganz gut gefahren. Also schön im Gewinn hier schon. Und wer hier noch sich einkaufen möchte, der kann hier dann bei so 10,50 Dollar, würde ich hier einen Stopp setzen mit einer kleinen Positionsgröße, wie gesagt, weil es sich hier um eine spekulative Aktie handelt. Aber ich denke, wenn das alles so aufgeht und die Nachfrage nach Uran weiterhin ansteigt, ist Cameco hier eine sichere Bank in diesem Bereich. Die zweite Aktie, die ich euch gerne vorstellen möchte, ist Weyerhäuser. Und Weyerhäuser ist auf die Herstellung und Vermarktung von Holzprodukten spezialisiert. Die Einnahmen gliedern sich nach Produktfamilien wie folgt auf. Einerseits haben wir hier die Holzproduktion von 70,5 Prozent, forstwirtschaftliche Erzeugnisse von 24,7 Prozent und der restliche Umsatz macht dann 4,8 Prozent aus. Und es ist auch hier schön verteilt in den einzelnen Ländern. Die Vereinigten Staaten machen 86,6 Prozent natürlich aus. Hier ein starker Fokus auf die USA. Dann haben wir Kanada mit 6,7 Prozent, Japan mit 4,6, China 1,4 und andere 0,7. Man muss dazu sagen, dass die Amerikaner weitestgehend ihre Häuser, das weiß man vielleicht so hier in Deutschland gar nicht, mit Holz bauen. Und jetzt auch durch die Corona-Pandemie, wenn es einige Leute jetzt vielleicht raus aus den Städten hin in die Natur zieht, dann wird hier vielleicht dann vermehrt mit Holz dann natürlich weitere Häuser gebaut. Und auch einige sind ja jetzt zu richtigen Heimwerkern geworden. Deswegen habe ich ja auch hier in amerikanische Heimwerkeraktien investiert, wie zum Beispiel Home Depot oder Lowest Cost. Ja, diese Aktie finde ich hier auch noch interessant, ist natürlich auch ziemlich gut gelaufen. Wir sind jetzt hier bei 34,3 Dollar, sind jetzt hier an der 50-Tage-Linie und das Allzeithoch ist hier bei 38 Dollar. Das heißt, wir sind hier schon ziemlich gut gelaufen. Das ist auch das, was ich gemeint habe, dass wir in einem fortgeschrittenen Stadium dieser Rallye sind und man doch hier dann aufpassen sollte, wann und wie man hier einsteigt. Ja, man könnte hier, haben wir ein Hoch aus dem Jahr, aus dem Januar 2020 bei 31 Dollar. Das heißt, da könnte so eine Unterstützung sein. Ja, wenn man von hier jetzt 34 Dollar bis 31 Dollar in drei Branchen vielleicht einsteigt, dann könnte man vielleicht dann noch von diesem Trend hier profitieren. Die 200-Tage-Linie ist bei 30 Dollar. Die nächste, achso, dann wollte ich hier euch noch sagen, wer hier alles investiert ist. Die Vanguard Group ist hier mit 15 Prozent dabei. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn hier die großen Jungs vertreten sind. BlackRock mit 2,3 Prozent und Capital Research Management mit 12,5 Prozent. Die Analysten sagen, 4 kaufen, 3 aufstocken, 3 halten und eine Reduzierung ist auch dabei. Die nächste Akte, die ich euch vorstellen möchte, ist Rio Tinto. Rio Tinto ist eine der weltweit führenden Unternehmen in der Bergforschung und Prospektion und Betrieb. Der Netto-Umsatz zahlt sich wie folgt auf in die Produktfamilien Eisenerz, macht 60 Prozent aus, Aluminium 23,6 Prozent, Industrie, Mineralien 5,2 Prozent, Kupfer 4,7 Prozent, Gold 1,5 Prozent, Diamanten 1,4 Prozent. Auch der Umsatz ist hier weltweit verteilt. China wird am meisten Umsatz gemacht mit 51,3 Prozent, Japan 8,9 Prozent, Europa 6 Prozent, Kanada 3,4 Prozent und USA 14,2 Prozent. Die Analysten, oder wer ist hier noch mit vertreten? Einerseits BlackRock wieder dabei mit 6,1 Prozent und The Vanguard Group mit 2,2 Prozent. Und die Analysten sind hier allerdings nicht mehr so positiv. Wir können ja auch sehen, dass die Aktie auch wie eben Weyerhäuser schon sehr schön gelaufen ist. Hier hatten wir einen schönen Aufwärtstrend, sind hier auch immer an der 50-Tage-Linie langgehangelt, aber sind jetzt hier durchgebrochen und sind hier gerade in der Korrekturphase. Ich kann mal auf den Wochenchart gehen, dann könnt ihr mal sehen, hier das Allzeithoch war hier bei 90 Dollar. Wir sind hier bei 63, sind hier bis ans 76,4er Retracement gelaufen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt hier vielleicht bis zu 55 Dollar sogar noch zurücklaufen könnten. Da ist hier auf Tageschartbasis dann so ein alter Hochpunkt von 2011 waren wir hier mal. Und auch im Jahr 2019 sind wir hier mal angestoßen. Das heißt, auch hier könnte man jetzt vielleicht, wenn man weiter an diesen Aufwärtstrend glaubt, in drei Branchen einsteigen. Eine mit 63 Dollar, eine mit 59 und eine vielleicht bei 56 Dollar. Ja, die Analysten sagen, fünf kaufen, vier aufstocken, elf halten, eine reduzieren und drei verkaufen. Das heißt, hier sind die Analysten schon wesentlich skeptischer als jetzt bei meinen anderen genannten Aktien. Dann haben wir hier EOG Resources, eine Ölaktie. Ich habe erst überlegt, ob ich Chevron nehme, in die ja vor kurzem Warren Buffett eingestiegen ist. Habe mich dann aber hier für EOG Resources entschieden, weil hier die Zahlen ein bisschen besser waren. Verkauf von Erdgas 10,2 Prozent. Verkauf von flüssigen Erdgas 6,8 Prozent. Und natürlich der Verkauf von Rohöl und kondensierten Produkten mit 83 Prozent ist hier das Hauptgeschäft. Auch hier wieder namhafte Vertreter dabei. Vanguard Group mit 7 Prozent. Capital Research Management und Co. mit 12,1 Prozent. BlackRock mit 2,3 Prozent. Es ist ja eh so, dass BlackRock und Vanguard Group irgendwie die halbe Welt gehört. Bei fast jeder Aktien sind die zwei hier mit dabei. So, allerdings auch beim Öl sind wir jetzt hier an einem, erst mal in einer Korrektur jetzt reingelaufen. Aber mittel- und langfristig, vor allem wenn sich dieser vorhergesagte Superzyklus bestätigt, dann wird natürlich auch Öl weiter steigen. Aber auch jetzt die größte Ölfirma Saudi Aramco wurde jetzt bekannt, dass sie da einen Gewinneinbruch von über 40 Prozent hatten. Das heißt, man muss jetzt hier erst mal abwarten, ob dieser Superzyklus überhaupt so in Erscheinung tritt, wie das erwartet wird. Das Allzeithoch war hier bei 130. Wir sind jetzt hier bei 86. Kämpfen mit dem 61,8 Retracement. Und auch hier kann man gut und gerne dann nochmal vielleicht auf 59 Dollar warten, bis wir hier zurücklaufen auf das 50er Retracement oder sogar hier auf die 50-Tage-Linie auf Wochenchartbasis bei 56 Dollar. So, dann das nächste Unternehmen. Achso, das wollte ich euch hier auch noch sagen. Wer hier in die Ölaktien so ganz breit investieren möchte, kann das natürlich auch tun. Hier sind dann zum Beispiel in den Top 10 alle Ölwerte mit vertreten, wie zum Beispiel Exxon oder Chevron oder das von mir eben vorgestellte Unternehmen EOG Resources oder Philipp 66, alles sind hier mit dabei. Das ist der Vanguard Energy ETF und den kann man sich natürlich auch kaufen. Auch hier sind wir gerade in so einer Korrekturphase vom Allzeithoch hier bei 102 Dollar. Jetzt sind wir hier bei 57 Dollar, sind hier in der Nähe von der 50-Tage-Linie. Und wer hier dann, wie gesagt, breit in die Ölwerte und in die Energiewerte investieren möchte, der kann sich entweder für den Vanguard Energy ETF hier entscheiden, den ich euch hier gezeigt habe. Oder ihr könnt auch in den SPDR, S&P Oil & Gas Exploration Fund investieren oder den iShares Global Energy. Nicht zu verwechseln mit den iShares Global Clean Energy, das ist wiederum was anderes. So, auf den komme ich auch übrigens gleich nochmal zu sprechen. So, dann haben wir hier Freeport McMoran. McMoran ist auf die Exploration und den Betrieb von Kupfer und Goldminen spezialisiert. Besonders Kupfer ist ja in letzter Zeit super gelaufen. Und hier macht der Kupferanteil 75,5% aus, Gold 10,7%. Und weil Kupfer hier so durch die Decke ging, ging natürlich hier auch Freeport McMoran richtig durch die Decke. Wir können hier erkennen, dass im Gegensatz zu der anderen Aktie, die ich euch eben gezeigt habe, hier dieser Aufwärtstrend noch intakt ist. Wir hangeln uns hier an der 50-Tage-Linie entlang, sind aber auch schon sehr, sehr schön gelaufen. Wie ihr seht, ich gehe auch nochmal auf die Woche. Da könnt ihr das sehen, das Allzeithoch ist hier bei 62, wir sind jetzt hier bei 34 und kämpfen hier mit der 50-Tage-Linie, sind hier mustergültig an einem 61,8er Retracement abgeprallt. Ich glaube allerdings, dass wir innerhalb der nächsten sechs Monate durchaus das Potenzial haben, hier wieder bis zum Allzeithoch bei 60 hoch zu laufen. Ja, also hier in diese Freeport McMoran könnte man doch eher hier nochmal lauern. Hier würde ich vielleicht dann eher einsteigen, vielleicht als in eine Rio Tinto. Ja, da könnte hier zum Beispiel jetzt in diesem Bereich bei 34 wäre vielleicht nicht der schlechteste Einstiegszeitpunkt, da ist die 50-Tage-Linie. Hier der Aufwärtstrend, das heißt hier bei 34,6 könnte man einen Einstieg wagen und dann hier vielleicht nochmal bei um die 32 und 31 Dollar. Wenn wir hier dann durchsprechen, dann könnte es natürlich dann auch hier bis auf 26 runtergehen, aber das müsst ihr dann selbst ausmachen. Die Vanguard Group ist hier mit 10% beteiligt, auch wieder ein Zeichen, dass es ein tolles Unternehmen ist. BlackRock mit 2,3%, Capital Research Management mit 4%. Auch die Analysten sind hier recht positiv, deswegen lese ich euch das ja auch immer vor. Auch ein schöner Indikator, wo es vielleicht mit der Aktie hingehen könnte. 9% Raten zum Kaufen, 6% zum Aufstocken und 4% zum Halten. Dann kommen wir zur nächsten Aktie, das ist Glencore. Beziehungsweise machen wir erst doch Gazprom. Gazprom kennt natürlich jeder, ein russisches Unternehmen. Haben wir hier einen kleinen Aufwärtstrend, einmal, zweimal, dreimal angestoßen, kämpfen jetzt hier mit der 50-Tage-Linie. Ist natürlich auch noch ein weiter Weg bis zum Allzeithoch bei, ja, oder bis zum letzten Hoch hier bei 7,5. Da könnten wir jetzt erstmal hinlaufen. Wer an dieses Unternehmen glaubt und sich davon nicht beirren lässt, dass hier Russland mit 50,2% Anteilseigner ist. Danach die Vanguard Group mit 1,3%. Ihr merkt, hier sind die großen Jungs, BlackRock 0,7%, wesentlich zurückhaltender, weil sie eben keine Lust haben, hier groß in ein Unternehmen zu investieren, wo der russische Staat das Sagen hat. Wen das nicht stört und wer hier eine tolle Dividende möchte, der kann hier in der Nähe der 50-Tage-Linie bei 4,90 Euro doch einmal einen Einstieg wagen. Die 200-Tage-Linie ist bei 4,40 Euro. Und da haben wir auch hier so einen Aufwärtstrend, der schon seit 2016 anhält. Da sind wir hier nur zweimal durchgebrochen. Und ja, das hier unter die 4,30 oder 4,20, da dürfen wir jetzt erstmal nicht mehr runterfallen. Soviel dazu. Dann wollte ich euch hier aber noch Glencore zeigen, aber will nicht so richtig. Ja, ich probiere es noch einmal. Glencore, ein wichtiges Unternehmen, in das ich nämlich derzeit sogar investiert bin. Deswegen mache ich das hier auf jeden Fall hier nochmal auf. So, was hat es jetzt hier mit Glencore auf sich? Also, Glencore ist auf die Produktion Vertrieb von Metallen, Mineralien und Erdölprodukten spezialisiert, die hauptsächlich von der Automobil-, Stahl- und Lebensmittelindustrie abgenommen werden. Ja, und Erdölprodukte und Koks machen hier 62% aus, Metalle und Mineralien 38%. Dazu gehören Aluminium, Zink, Kupfer und so weiter. Und gerade Aluminium und Kupfer sind ja im Moment sehr gefragt. Ein sehr, sehr großes Unternehmen, auch breit aufgestellt hier mit Erdöl und wie Aluminium, Kupfer. Und ja, wer hier wirklich sich ein bisschen breiter aufstellen möchte und auch hier ein großes Unternehmen mal sich reinlegen möchte, der ist hier mit Glencore nicht schlecht vertreten. 8% Raten zum Kaufen, 6% zum Aufstocken und 7% zum Halten. Ihr könnt hier sehen, vom Allzeithoch oder vom letzten signifikanten Hoch bei 4,70% sind wir auch nicht mehr also weit entfernt. Wir sind hier bis auf das 38,2 Retracement jetzt gelaufen und genau da sind wir jetzt auch am Kämpfen, haben jetzt hier auch so einen Aufwärtstrend. Ja, das heißt hier in diesem Bereich zwischen 3,20 beziehungsweise 3 Euro kann man jetzt Einstiege wagen. Wenn wir hier durch die 3 Euro, durch diese 200-Tage-Linie und durch diesen Aufwärtstrend durchbrechen, nee, Entschuldigung, in diesem Fall, nee doch, 200-Tage-Linie ist das, ja, durchbrechen, dann könnten wir hier auch dann auf 2,80 beziehungsweise auch wieder auf 2,30 zurückfallen. Hier muss man dann Stoppkurse setzen, aber ich denke, es ist jetzt, wenn wir hier noch ein bisschen zurückkommen, ein interessanter Zeitpunkt einzusteigen. Wir kämpfen hier im Moment mit diesem Pivot-Point, hier bei 3,24, aber wie gesagt, 200-Tage-Linie ist bei 3,10 und dann hier der Aufwärtstrend bei 3 Euro, ja. Also ich bin in dieser Aktie noch investiert, gehe aber raus, wenn wir hier drunter durchfallen. So, dann haben wir den iShares Global Clean Energy. Da war ich die ganze Zeit nicht investiert, habe hier den Einstieg verpasst gehabt, tue mich jetzt auch schwer, hier rein zu investieren, obwohl wir hier schon bis aufs 50er-Retracement und an die 50-Tage-Linie zurückgelaufen sind. Warum tue ich mich hier schwer zu investieren? Weil es mich einfach sehr stark stört, dass hier in diesem ETF Black Power mit 9,5% vertreten ist. Und das hat man auch gesehen. Black Power hatte ja hier diesen Bilanzskandal und ist dann um 20 oder 30% gefallen und demzufolge ist auch hier der Kurs gefallen. Und das möchte ich eben nicht. Ich würde mir wünschen, dass hier die Gewichtung von Black Power ein bisschen kleiner wäre. Vielleicht bei 2, 3% würde ich mich wohler fühlen, weil ich persönlich niemals in die einzelne Aktie Black Power derzeit mit diesem Bilanzskandal und auch weil sie total überbewertet ist, hier investieren würde. Ja, das muss jetzt jeder für sich selbst entscheiden. Wir sind hier schön zurückgekommen, wie gesagt, bis an die 50-Tage-Linie. Kann gut sein, dass das hier ein guter Einstiegszeitpunkt ist. Und das Thema grüne Energie wird das Thema dieses Jahrzehnts werden. Das heißt, diese Aktien, die hier drin sind, sind auch tolle Solarunternehmen hier drin und auch tolle Windenergieunternehmen mit Örstedt und so weiter. Wer da nicht in Einzelaktien investiert, der kann hier ruhig rein investieren, muss sich aber darüber bewusst sein, dass wir hier diese Übergewichtung von Black Power haben. Dann zu guter Letzt noch ein Rohstoff, den vielleicht einige vergessen haben. Das ist Wasser, ja. Und dieser Rohstoff wird auch zunehmend knapp in der Welt. Ja, und auch der aus dem Film The Big Short, Michael Burry, der in dem Film wird übrigens wunderschön gezeigt, wie er hier darauf wettet, dass 2008 hier die Immobilienblase in den USA platzt, der hat auch den Rohstoff Wasser sehr große Zukunftsaussichten vorausgesagt. Die Menschheit wächst immer noch. In Europa werden wir zwar weniger, aber insgesamt wächst die Menschheit und vor allem in den ärmeren Gebieten wie Afrika. Und hier wird es doch zunehmend wichtig, dass diese Menschen auch mit Wasser versorgt werden. Ihr seht, wir sind hier massivst eingebrochen im März-Crash, sind hier jetzt aber wieder auf dem Allzeithoch, kämpfen hier auch gerade mit dem Allzeithoch von 2020, sind hier wunderschön nochmal zurückgekommen. Das heißt, hier in diesem Bereich zwischen 47 und 45 kann man wunderschöne Einstiege wagen. Ihr seht hier, wir haben hier so einen Aufwärtstrendkanal. Und ja, das ist meiner Meinung nach eine wunderschöne Aktie. Wer sich interessiert, welche Unternehmen hier drin sind, kann das natürlich auch dann immer machen. Und zum Beispiel ist hier eine American Water Works drin. Und ja, also wirklich ein toller ETF, den ich nur empfehlen kann. Soweit zu meinen Ausführungen. Bevor es weitergeht oder bevor ich jetzt hier zum Schluss komme, noch was in eigener Sache, falls euch meine Videos einen Mehrwert liefert, dann abonniert doch einfach meinen Kanal und lasst ein Like da. Ihr bekommt hier kostenlosen Content, mit dem ich euch versuche, bestmöglich auf den laufenden Vermögenstransfer hin zu Sachwerten vorzubereiten. Und wenn ihr eh vorhartet, euch bei einer der in der Beschreibung angeführten Plattformen anzumelden, dann klickt doch einfach auf den Empfehlungslink. Und dadurch erhaltet ihr und ich bei entsprechenden Aktionen einen Bonus. Und auch über Paypal könnt ihr mich mit einer kleinen Spende von 1, 2, 3 Euro im Monat unterstützen. Da würde ich mich schon freuen. Und nicht wundern, wenn unter dem Link der Name Nadja steht. Das ist der Name meiner Freundin und Mutter meiner Tochter, denen ich das Geld hier zugutekommen lassen möchte. Ja, wenn ihr mich da supportet, danke ich euch natürlich viermals. Mein Name ist Finn Bartels und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und ich wünsche euch den Tag.